Einziger Vorteil ist, dass ich jedes Mal mindestens eine Parade mache. Was ist das? Ich nicht. Hast du den festgefroren? Ich hätte ihn mit Magneten durchziehen können. Ich hatte eher Angst, dass der bei uns aufs Tor geht. Nee, ich hatte einen Magneten. Ich war schon, ihn wieder zurückzuziehen und dann war er eingefroren. Alles gut, ich habe es gemacht. Sehr gut. Nein. Das war's nicht. Einander war auch gut genug. Das war's nicht. Das war's nicht. Ja. Ja. Ah, dann geht's ruhig. Na gut, dann eben nicht. Einfach da stand und ihn an mir vorbei habe laufen lassen. Sehr schön. Schönes Ding. Also Kästchensprache kann ich nach wie vor nicht. Nein? Warum nicht? Das sieht gut aus. Nein. Das war ein bisschen zu gut. Ja. Um brav zu sein. Ja. Nein. Jawoll. Danke. Danke. Bitte. Wenn nicht, hätte ich noch Stacheln gehabt. Aber gut, sei die Situation ja voll unter Kontrolle. Kann ich mich ja glatt zurücklehnen. Nein, nein. Nein, nein. Mal habe ich nicht. Nicht der Urkland. Zurückle nicht schlecht. Der war knapp. Ja, war er. Oh, fuck, jetzt haben wir vorbei. Oh, ich wurde zerstört. Oh, ich war Nardo. Nardo. Oh. Ja, fast. Oh, nein. Nein. Das haben sie gut gemacht. Muss ich zugeben. Die haben mir direkt vom Statt angeklappt. Oh, nein. So schnell konnte ich nicht mehr reagieren, hoch zu springen, ey. Ich stand genau richtig, aber da ist so dermaßen schnell auf mich hoch zugekommen. Ich habe alles versucht. Ich habe alles gegeben, was ging. Ja. Ja. Ihr wisst, es geht nicht so viel. Ach, da haben wir ein bisschen Hoffnung. Oh, ich bin der Ani Ball, ich bin der Ani Ball, ich bin der Ani Ball, danke. Okay. Jetzt auch mal wieder mitspielen, verdammt. Oh. Gibt es nicht. Oh. Einer. Mist. Der hat einen gerankert. Das ist natürlich gut, wenn man den Ball dann ankellen kann, wenn der andere den auf dem Stacheln hat. Ja. Au. Ja. Jawoll. Sehr schön. Den haben sie sich schön selber verhauen. Der Schuss. Bam. Zeigt euch, ich kann mich zurücklehnen. Ihr macht das. Moment, ich bin der MVP. Ja, nice. Ich nicht. Mal wieder nicht. Aber halt, aber pump. Impf-Spiel-Modus nicht. Not, 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 not. Nein, 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 nein. Nur gut mit dir. Ja. Ja. Da wollte ich nochmal beschleunig machen. Oh, der hätte den wieder reingespielt, der Typ. Vielleicht wollte er ihn eigentlich noch machen. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was ich bin. Ich auch nicht. Voll 2, Level 1. Weil du einfach Instant Tap gemacht hast zum nächsten Spiel. Er steht einfach AFK rum, das gefällt mir auch. Ah, Rütz hättest du mich ran gelassen. Nein, nein, nein. Lass doch mal Apex ran. Nein, hier kommt nicht jeder ran. Was? Du lässt nicht jeden ran, schade. Nein, mein Ball, meine Stacheln, mein Geld, mein Haus, mein Tag drin. Keine Ahnung. Okay. Aua. Der wollte auch noch Stacheln. Jawoll. Das heißt, dass ich heute wieder ganz viel, ganz viel Pipi muss. Heute ist eine schlechte Nacht. Ich krieg wieder viel zu viel Apfelsaft. Auweier. Oh ja. Ich reagiere auf Apfelsaft und Eistee. Unheimlich mit. Mit viel Pinkeln müssen. Ähm, Apfelsaft ist der Apfelsaft. Ja, Apfelsaft. Schafft ihr es da vorne? Äh. Ja, bei. Okay, ciao. Hallo. Auch gut. Fun Fact. Trauben mit Schale sind tatsächliche Verstopfungen. Regen die Verstopfung an. Die regen die Verstopfung an. Naja. Die sind gegen die Verstopfung. Ja gut, äh, die führen halt zur Verstopfung. Während Traubensaft selber tatsächlich abhören zu. Meiner. Ich wurde abgedrängt. Deswegen war es ja auch meiner. Ja. Du brauchst noch vier Punkte. Bis zum MVP. Ja. Haben wir noch ein paar Minuten. Wahrscheinlich brauche ich eh noch 200 eher. Und nicht nur vier. Nein, die geben jetzt auf. Damit ich, äh, damit ich Platin werde, geben sie auf. Oh. Der hätte ihn beinahe reingemacht. Schade. Wäre mein Schuss gewesen. So, jetzt kriegt der noch einen Tritt. Weil der fliegt. Nein. Das ist kein Problem. Nein. Wurde getreten. Nein. Ich mach ihn halt rein. Putz. Ich hab's gesehen. Er hatte die Situation voll unter Kontrolle. Und dann kam Putz. Er brauchte mein Verreiter. Er brauchte mein Titel. Ja, aber es wäre bloß ein Verräter und Verhust. So. Es gehört einfach zusammen. Also wenn ich MVP bin, muss ich auch Verräter sein. Ich weiß, das ist ziemlich schwierig, wenn da einen hinzukriegen. Nee. Man kann ja Teamkollegen haben, die zum Beispiel so zwei Tore gemacht haben. Bis gut. Das ist gut. Achso. Darf ich mal in die Richtung. Jo. Danke. Guck, der Wolf macht schon wieder ein Tor. Und damit... ...brauch ich jetzt nicht mehr viel, sondern jetzt brauche ich... ...116. Ja, aber nur, weil du ein Eigentor gemacht hast. Da musste ich ja jetzt wieder Vorsprung ausbauen. Wir haben auch eine Mission... ...irgendwie fünf Spiele mit zwei Punkten Vorsprung zu gewinnen. Dieser sagt, wenn man mich als Freund hat, braucht man keine Gegner. Aha. Ist das auch. Jetzt redest du aber vom Pen & Paper, das ist wieder was anderes. Da bin ich euer Käpt'n. Ja, darf ich das. Ah, lass mich doch... Ich will doch auch! Ja, ich hab aber den, äh... ...ne Spannung drauf. Von wegen. Das heißt, hätte ich den Ball getroffen, dann hätte ich den hier so irgendwo quer durchs Feld geschossen. Jetzt... Obwohl hier nicht. Bis... Richtung... Boah. Ne... Plötzlich war es ein falscher Riecher. Hat den Ball grad so stark geschossen, dass dem anderen sein Pümpel abgeflogen ist? Noll? Ernsthaft? Ja. Weil ich so... ...leuchtende Hand hatte und das ist irgendwie aus seiner Reichweite und der Pümpel ist abgegangen. Wusste gar nicht, dass es geht? Wusste ich auch nicht. Ich bin auch gerade neun. Jaja, du kannst den Pümpel außerhalb der Reichweite... ...bewegen. Oh, krass. Es kann dir auch passieren, wenn du ihn gerade so in der Reichweite benutzt. Nein, der Wolf macht noch mehr Tore. Er hilft mir meine Vorlage nix. Ich hatte halt grad nen Handschuh da. Der Ball kommt mich zu hauen. Oh nein! Siehst du? Gut, dass ich noch ein Tor gemacht habe. Der Apex-Wolf ja auch nicht. Sieht man ja. Ich hab' da noch mal Platz gemacht im Tor. Jetzt macht der Wolf noch eins. Noch ne Vorlage von mir. Aber komm, ich hatte hier auch freies Schussfeld. Guck. Ich kann dir jetzt keiner sagen, ich hätte mich sonderlich angestrengt mit dem Fuß. Akte rein. Jetzt regelt das alles. Der Wolf regelt das. Das ist der Hammer. Ja. Hat hier schon wieder 500 Punkte. Die anderen krebsen irgendwo bei 200 rum. Ja ne, ich meine, dass du was gut regelst, dass du das nicht schaffst, ne? So. Ne, aber ich dachte der Wolf. Ich regel das. Ich kann das nicht mehr kaputt regeln. 4 Tore Vorsprung krieg ich nicht mal ich kaputt geregelt. In 20 Sekunden. Oh, mein Gott. Sagen, ey. Challenge accepted oder nicht. Ja, ja. Die haben aufgegeben. Die hatten noch nicht mal mehr 20 Sekunden. GG. No.